Hey, hey, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt geht's zurück in den Wald, wo wir unser erstes Haus bauen wollen, ja, wegen der Milch. Ich hoffe, das Holz reicht für das, was ich vorhabe. Oh, Höhle, wollen wir nix von wissen. Immer diese Touren durch den Wald, da kann man machen, was man will, also... Ich freue mich eigentlich schon auf den Tunnel, aber das wird ne Weile dauern, bis der fertig ist. Wird vielleicht doch wieder nur so ein Off-Screen-Projekt, weil, boah, buddeln wir ja locker ne Woche dran rum, da werden locker zehn Folgen, bis wir da durch sind. Und von da hinten bis, boah, hau ja, das wird so ein Off-Screen-Ding. Na, wann sind wir da, wo ich stehe, denn hier sind wieder die Blumen. Da drüben. Ah, stellst du nur die Frage, wo packen wir unser erstes Häuschen hin? Ah. Ja, der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Das wird er jetzt aber gleich. So, mein Freund, jetzt wirst du am Arsch. Und den holzen wir jetzt wohl munterfröhlich mal ab. Gibt ne Menge Holz. Das ist Gesetzlinge regnet. Ist ja wohl kein Holzblock noch irgendwo versteckt. Da liegt doch schon der erste Setzling, hab ich grad gesehen. Juhu. Wäre jetzt cool, wenn ich fliegen könnte. Könnte ich da oben immer gucken, ob da grad ein Setzling ist. Aber erst mal ab in die Haie, aber äh. Und dann fangen wir unser Haus an. Müssen wir nur noch überlegen, welches Holz ich da benutze. Und dann fangen wir Mal ab. Und dann fangen wir uns mal ab. Wird das so. So. Ja. Eichenholz oder Dschungelholz? Eichenholz. Okay. Wo fang ich am besten an? Oh mein Gott. Noch ein Setzling. Tja, muss man erstmal überlegen, was man aus dieser Landschaft hier machen will. Ich bin auch konzentriert. Kommt! Boah, ich kann gerade gar nicht reden. Ich überlege und überlege und überlege und überlege. und überlege und überlege essen erst einmal fleisch so 1 2 3 4 haben wir hier 1 2 3 4 noch ein müsste das doch ungefähr gleich seine dame fünf teile dame fünf teile gut ja 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 Ja, so wird das. So wird das. Genau, feine Sache. Okay, dann haben wir schon mal was. Einen guten Anfang. Noch ein Setzling, sehr schön. Werden jetzt schon mal drei. Da oben flattert noch einer rum. Hoffentlich geht das schnell genug weg, bevor er einfach e-spawnt. So, und jetzt... Weiter geht's in dem Scheibsiddel. Ja, eine stumme Runde. Irgendwie bin ich grad so... wieder so einen coolen Eingangsbereich, wie wir in der Wüste haben. Okay. Und hopp, 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 hopp. Hier, mein Spargel. Der Baum muss weg, der Baum muss weg. Leb wohl. Du wirst Teil meines Hauses. Ja, weil hier die Baumstämme sind, wird das nicht einfach so einfach hier weggehen, ne? Müssten wir schon vom Baum trennen. So. Ha, 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 perfekt. Ach, leckumio. So. Hopp, hopp. Das kann doch nicht wahr sein. So. Hätten wir schon mal einen Anfang. Tack, tack, tack. Der Spaß kann beginnen. Tja. Spaß ist vorbei. Brauchen mehr Glas, Glas, Glas. Wir hätten Sand doch mitnehmen sollen. Aber ich hab nicht dran gedacht, dass wir das aus Glas machen. Okay. Normales brauchen wir ja auch noch. Ach, verdammt. Das wird jetzt die Besucherhutsamkeit, ne? Dann hätten wir das einfach wieder normal machen können. Schöne Baustelle. So sieht's immer am besten aus. Ha, ha. Reicht immer noch nicht. Brauch'n Glas. Oder? Ultra enge Sache. Ja, damit hab ich's versaut. Oder auch nicht. Ach, du Heilige. Hat aber auch genau gepasst. Trotzdem brauchen wir noch Glas, weil da kommt noch eine Schicht drauf. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Ja. Ach, Setzlinge. Au. Bamm. Ich glaub, so kommen wir mehr raus. Bamm. Und mein Bein schläft schon wieder ein. Und das bedeutet nichts weiter als... Das war's für diese Folge. Und bis zur nächsten Folge. Euer Onkel. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.